Ich bin Erzengel Raphael. Und ich begrüße Dich mit dem himmlischen Gruß von Omar Tassad. Engel Raphael hat alle heiler Engel mitgebracht, die heute für Dich, für Dein allerhöchstes Wohl sorgen und heilen werden. Und immer wenn Du diese Botschaft von mir anhörst, werde ich die passenden heiler Engel für Dich auswählen. Und so können es immer wieder andere lichte Wesen sein, die für Dich wirken. Denn ich stimme alle Energien genau auf Dich ab, damit gerade das, was Du im Moment in Dir trägst, in die höchste Stufe der Heilung getragen werden kann. Und so habe ich die grüne Flamme mitgebracht. Es ist die grüne Flamme der Heilung und sie besteht aus genau den lichten Wesen, welche heute extra für Dich gerufen wurden. Diese grüne Flamme lege ich nun Dir zu Füßen. Und sie wird mit jedem Wort, was ich jetzt zu Dir spreche, immer größer werden, bis sie so groß ist, wie Du selbst groß bist. Und noch ein wenig größer wird sie werden. Es ist die grüne Flamme der Heilung. Sie leuchtet in verschiedenen grünen Tönen und in der Mitte ist sie golden. Und wenn Du bereit bist, dann darfst Du Dich genau in die Mitte in die goldene Farbe stellen. Genau dorthin stellen, wo die Flamme golden leuchtet. Und sobald Du mit einem Atemzug in der Mitte dieser Flamme stehst, beginnen sich die heilenden Kräfte für Dich zu aktivieren. So fließt das grüne Licht der Heilung in Deine Zellen, in Deine Aura, in Deine Aspekte. Es durchflutet Deinen Körper von Zelle zu Zelle. Das grüne Licht der Heilung fließt durch Dein Gewebe, durch Deine Nerven, durch Deine Organe, durch jede Hautschicht. Es fließt in die Zellkerne und Heilung, Heilung fließt durch Dich hindurch. Das Licht der grünen Flamme bildet ein goldgrünes Netz der Heilung in Deinem System. Dieses Netz legt sich ganz eng um Deinen Körper, berührt jede einzelne Zelle, so fein ist es. Und beginnt, Dich vollkommen zu durchfluten mit der Energie der Dich begleitenden Engel. Und so nehme Dir jetzt die Zeit und genieße die Wellen des grünen Lichtes. Und so nehmen die Zelle. 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 Wenn ich dich betrachte, sehe ich dass Heilung geschieht und wenn ich dich betrachte, sehe ich deine Seele leuchten. Das Bad in der grünen Flamme der Heilung hat für dich gewirkt und all das, was in die Heilung gehen konnte, dürfte geheilt werden, so wie es gut und richtig ist. Trete nun aus der Flamme wieder hinaus, denn die Energie wird nun langsam wieder nachlassen und die Flamme wird erlöschen. Ich trage sie als kleine Flamme in meinem Sternentetraeder und immer, wenn du mich rufst, werde ich sie neu für dich entfachen. Und so habe ich heute voller Liebe für dich gewirkt. Ich habe mit den heiler Engeln all die Energien zu dir gebracht, welche heute richtig und gut für dich waren. Und so ziehen wir, die heile Engel und ich, Engel Raphael, uns langsam wieder zurück. Die Energie, welche in dir fließt, die heilende Energie, sucht sich ihren Weg und wird dir zu deinem allerhöchsten Wohl genügen. So höre den Gruß des Abschiedes von An-Anascha. So höre den Gruß des Abschiedes von An-Anascha. An-Anascha